Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, und zwar habe ich ein neues Scan-Build hier von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Und ja, das erste wäre hier oben, The Masked Man, wie er einen Flammentornado einsetzt. Ich bin mir sicher, dass das sein ganz normales Jutsu sein wird. Ähm, ja, was glaubt ihr? Glaubt ihr, es wird auch das normale Jutsu sein oder glaubt ihr, es ist was anderes? Ähm, ich glaub nicht, ja, ein Tilt kann sehr nett sein, weil die Kameraperspektive nicht so sein wird. Und ob's ein Packen sein wird, glaub ich auch nicht, also das wäre viel zu heftig. Ähm, ich denk mal, er setzt es mit einem Winster-Jutsu und einem Feuerjutsu ein und macht daraus irgendwie so ein Feuertornado. Ähm, find ich ziemlich cool, ich freu mich schon sehr, sehr, sehr auf den Charakter, weil ich find den einfach geil gemacht. Ach, der, ich bin echt happy, dass der überhaupt im Spiel dabei ist. Und für mich ist es ganz ehrlich wichtiger, dass er drin ist und, also er ist mir wichtiger wie Madara, sagen wir es einfach so. Ähm, aber Madara ist mir auch wichtig, aber er ist mir ein Tick wichtiger. Ja, dann sieht man hier unten nochmal ein kleines Bild, äh, aus der Story und zwar kann man ja jetzt entscheiden in der Story, mit welcher Shinobi-Einheit man zum Beispiel die Story als erstes kämpfen, mit, also mit welcher Shinobi-Einheit man als erstes kämpfen will. Und, ja, find ich eigentlich eine ganz coole Idee, man, das erscheint halt dann die Landkarte und dann kann man aussuchen. Ähm, dann sieht man hier unten ein kleines Bild von Minato und dem dritten Hokage. Äh, ja, ist okay, passt eigentlich. Unten dann noch ein kleines Bild von Gai und Kisame. Passt eigentlich auch, also ich weiß auch nicht, warum die jetzt da sind. Ähm, und dann sieht man noch ein kleines, zwei kleine Bilder von Nagato, also Edo Nagato und Edo Itachi. Und bei Itachi bin ich ein bisschen enttäuscht. Wenn man mal genau hinkommt, dann kommt einem diese, diese Kombo bekannt vor. Und zwar ist es die Kombo, wenn man ganz normal kreisdrückt, in keine Richtung schlägt. Also nur kreisdrücken und dann kommt diese Kombo. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn jetzt Itachi die ganzen alten Kombos beigebehalten hat und keine neuen hat. Ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Und, ja, dann sieht man hier von, wie heißt der, Nagato nochmal, Jutsu. Jutsu, wo irgend so ein Panda ruft. Ich schätze mal, das wird Jutsu sein oder, ähm, Packen. Jutsu oder Packen würde es sein. Naja, eigentlich war es das dann auch schon von dem Scan. Äh, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet von dem Scan. Äh, auf wen ihr euch am meisten freut. Nagato, Itachi oder der Masked Man. Bitte schreibt nicht in die Kommentare, wer der Masked Man ist. Manche wollen das einfach nur nicht wissen, wollen sich einfach im Spiel oder im Anime überraschen lassen. Und ich find's halt scheiße, wenn manche einfach das dann spoilern. Ich weiß es natürlich schon, weil ich den Manga auch lese. Und, ja, also, bitte schreibt einfach nicht rein. Nennt ihn Tobi oder der Masked Man, so ist er bekannt bis jetzt für die, die es noch nicht wissen. Und, ja. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Scan haltet. Und, ja, das war's dann eigentlich. Ich bin euer Spooky. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.